Wir haben wahrscheinlich, jedenfalls für eine gewisse Zeit, den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter uns. Es wird schwieriger. Und das, finde ich, muss nicht nur der Oppositionsführer sagen, das sollte auch der Bundeskanzler sagen, der es weiß. Und hier hat Merz zum Teil sogar einen Punkt. Durch die Russland-Sanktionen schädigen wir unsere eigene Wirtschaft und das kostet uns Wohlstand. Aber das muss nicht bedeuten, dass es den normalen Arbeitnehmern in Deutschland schlechter gehen muss. Man könnte doch mal ausnahmsweise an die rangehen, die man jetzt schon seit über 40 Jahren beschenkt hat. Die Kapitalbesitzer, die Unternehmer, die Spekulanten. Also Vorschlag zur Güte. Wir verbieten Rohstoffspekulationen, wir führen Preiskontrollen ein, senken dafür die Mehrwertsteuer und führen im Gegenzug eine Vermögenssteuer ein. Und wir erhöhen alle Löhne in Deutschland um 30%. Aber wenn man bei Blackrock gearbeitet hat, dann kommt man auf solche Ideen wahrscheinlich nicht.